Dieses Gemälde ist eines der absoluten Meisterwerke unserer Sammlung. Franz Marc hat diese Tierschicksale 1913 gemalt. Er versammelt eine ganze Reihe von Tieren, zwei Pferde, zwei Wildschweine, eine ganze Familie von Füchsen und ein sich aufbäumendes blaues Reh in einer Waldlichtung und zeigt damit eine Apokalypse, ein Weltenende, ein Weltenbrand. Der Expressionismus, und dieses Werk ist ein Hauptwerk des Expressionismus, hat Wege gefunden, abstrakte Ideen, Emotionen, Gefühlszustände auszudrücken, die wir normalerweise gar nicht mit den Augen sehen können. Also abstrakte Inhalte sichtbar zu machen, indem er starke Farben verwendet und oft auch aggressive Formen. Und in diesem Werk kommt alles zusammen. Wir haben ein absolutes Meisterwerk eines großartigen expressionistischen Künstlers vor uns. Wir haben diesen fast prophetischen Moment vor Ausbruch des europäischen Weltenbrandes, nämlich des Ersten Weltkrieges. Ein prophetischer Moment deswegen, weil das Werk ein Jahr vor Ausbruch des Krieges entstanden ist. Und wir haben ein Werk, was die Bildgeschichte, also das Thema und das, was dem Werk an sich widerfährt, wie überlagert. 1917 soll es auf einer Gedächtnisausstellung für den gefallenen, bei Verdun gestorbenen Künstler gezeigt werden. Und im Depot gerät es in Brand, sodass die ganze rechte Seite zerstört wird. Paul Klee, ein Freund von Franz Marc, restauriert daraufhin diese rechte Hälfte. Und man kann noch heute die Schäden sehen, die er bewusst sichtbar gelassen hat. Und dann in den 30er Jahren kommt ein weiterer solcher apokalyptischer Moment in der Geschichte des Bildes hinzu, nämlich als die Nationalsozialisten es für entartet erklären, aus dem Museum in Halle, wo es bis dahin gehangen hat, entfernen und es ins Ausland verkaufen. Seit 1939 ist es in unserer Sammlung und gehört hier zu den schönsten Werken überhaupt.